Musik Ja, das ist ein Sparfrühstück heute Morgen. Ja, auf dem Platz sind hier nur Radler oder Radreisende. Das ist ganz nett. Ich habe heute Nacht mit freiem Oberkörper ohne Schlafsack geschlafen. Und das war trotzdem noch warm. Wie ich den Tag gestalte, weiß ich noch nicht. Ich gehe auf jeden Fall noch mal in die Stadt mit Rad, ohne Rad weiß ich noch nicht. Die Stufen sind hier auch ganz schön anstrengend. Von dem her, warum nicht mit dem Rad? So, nach einem anständigen Kaffee noch mal oben in der Bar, mache ich mich noch mal auf in die Innenstadt. Ich habe beschlossen, mit dem Rad zu fahren. Keine Lust, die ganzen Treppen wieder hoch zu laufen. Wozu habe ich denn das Rad dabei? So bin ich auch ein bisschen schneller unterwegs. Dann mal los, noch mal Wasser auffüllen und es ist so warm. Ich glaube, ich ziehe mein nasses T-Shirt an. Hier nochmal der Platz bei Tag. Mit der Arena am Hintergrund. Ja, mein Fahrrad kommt mal ganz gut durch die Straßen hier. Irgendwie kommt man mal durch. Jetzt komme ich an einer Sehenswürdigkeit vorbei. Das ist der Balkon, wo Shakespeare gespielt hat, für Romeo und Julia. Und da laufe ich noch schnell dran vorbei. Da sieht man kurz, oh Gott, die Schlangen. Ja, aber ich glaube, es ist auch zu heiß für eine Radtour heute. Ich habe gerade erst mal ein bisschen Geld abgehoben und überlegte mich nicht, doch ein Eis wohl jetzt. 37 Kratzen ist heute, glaube ich. Ja, dann sind sie schon wieder. Irgendwie ist man heute nicht in der Hand fahren bei der Hitze. Wir haben irgendwie ja 35 Grad. Und auch genießt die Stadt hier auch nochmal heute. Ja, das ist so. Nun können wir erst mal ein Eis und gleich jetzt frisches Wasser. Das ist hier im Brunnen. Oh, ich bin ganz gut, erfrischend hier. Und es ist so heiß heute. Ja, da oben in den Ruinen, da ist der Schlafplatz, der Z-Platz. Ja, und die Straße hört man natürlich hier, egal von den Posern, die halt hier ein Motorrad hochheizen oder runterheizen oder mit quietschenden Reifen. Ich fahre lieber mit dem E-Bike hier hoch, als in den dritten zu laufen. Tuck baby off mein Blut, oh, wundern, es ist ein Hitschel. Ich habe heute Morgen mit der Frau hinter der Bar gesprochen, hier von der Campingplatz. Und sie meinte, das war der heißeste Tag bisher in diesem Jahr gewesen. Und ich sehe mich jetzt auch heute nicht unbedingt in der Lage, eine Radtour irgendwie zu erzwingen. Ich glaube, morgen ist das auch nicht besser. Aber ich schaue mal. Möglicherweise mache ich doch noch mal eine Tour an den Gardasee. Das sind ungefähr 30,5 Kilometer. Da könnte man eine 80 Kilometer Tour draus machen. Wäre eigentlich ganz schön. Wäre schade, wenn man den Tag dann nur so verstreichen lassen würde. Ich gucke mir das morgen mal an. Ist das die Hitze oder hört ihr das auf? Ja, noch mal eine kurze Anmerkung zu der Claudia, oder wie ja, Claudia Augusta. Wunderschöne Strecke zum Schluss, also hinter Trient. Na, ich bin ja irgendwann später wieder eingestiegen. Ist etwas langweilig. Ist halt so eine richtige Fahrradautobahn. Und ja, man fährt sicher an vielen schönen Orten auch vorbei, die man so nicht sehen würde oder sieht. Einfach weil man immer auf dieser Strecke ist. Und von dem her weiß ich nicht, ob ich das nächste Mal dann eine andere Tour wähle, wo ich halt nicht so viel Strecke mache. Sondern ja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr halt von den Dörfern mitbekommen und so weiter. Ich bin ja gestern doch einmal wieder runter von dem Kanal oder von dem Weg mit dem Kanal. So, mir ist es gerade ein bisschen zu doof, hier an dem Kanal weiter lang zu fahren. Ich fahr jetzt einfach mal runter, um dann einfach nochmal durch Dörfer durchzukommen. Und das hat sich halt auch gelohnt. Ja. Bevor ich jetzt nochmal Pizza essen gehe in die Stadt, fahr ich nochmal hier auf den Berg hoch. Da gibt es irgendwie so ein Schloss. Guck ich gleich nochmal nach, was es ist. Und ja, genieß mal die Aussicht und den Sonnenuntergang. So, hier ist der Ausgang oder Eingang vom Campingplatz. Links bin ich hergekommen sonst. Jetzt fahr ich einfach mal rechts hoch. Ja, da war ich vorhin kurz. Ich hatte mal eine fantastische Aussicht über Verona. Ja, gleich müsste die Sonne untergehen. Ich dachte, ich fähr es nochmal hin. Wir suchen uns das Castello San Pietro. Ja, hier hätte ich auch gut zu Fuß hinlaufen können. Aber ihr wisst ja, ich bin echt fußfaul. Ich bin natürlich nicht der Einzige jetzt. Ja, die Plattform ist grad ziemlich voll. Schaue ich mal da rüber. Hier gibt es auch so einen Aufzug, mit dem man in die Stadt runterfahren kann. Ist das nicht ein fantastischer Blick hier runter? So, da müsste jetzt die Post abgehen. Ja, geht doch. Ja, schade, vorhin war nicht so viel los hier. Ich finde, dass sich mal ein schöner Abschluss einer tollen Tour ist. Ja, wie war das für den Abstand? Ja. Das ist das herzlichste Auto, was je gebaut wurde. Multipla. Ja. Ja, die Sonne ist jetzt weg und ich gehe jetzt Pizza Essen in den Pfalz da runter. da irgendwo und suche mir eine bessere Pizzeria als gestern. Heute bin ich noch schlauer, habe bei Google Maps vorher geguckt und hat super Bewertungen. Mal schauen. Also die Pizza war hervorragend, auch der Salat war super hergerichtet und richtig gut. Im nächsten Video geht es tatsächlich nochmals an den Gardasee und es folgt die Rückreise mit der Bahn über München nach Hamburg. Ich danke Euch fürs Zuschauen. Euer Matthias. Tschüss. 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 Tschüss.